so wir haben es geschafft wir sind zu zweit hier das zeig ich mal fiene das ist die fene mit einem wunderbaren wie nennt man das undercutten so wir wollen hier rein aber kommen wir nicht rein weil genau kein schlüssel vorhanden und da ist der strom für unsere pumpe oben wenn ihr euch daran erinnern könnt und dass ein bootshaus ist wer hätte es gedacht können wir da rein schwimmen was für ein rätsel so da habe ich nicht drüber nachgedacht wenn du mich nicht jetzt war jetzt einen anderen nein da wäre ich einsam und allein sagt musste ich jetzt überhaupt hier reinkommen ich hätte auch machen können danke also bist du sprichst du kannst ein paddel haben willst du paddel haben nein ich will kein paddel ich glaube mehr haben wir hier nicht warte hier haben wir was ja hier kommt man plünder muss man ob du auch plündern kann habe ich schon sag mal komm kannst du nicht so schnell sein bitte ich bin hier die die langsame und mit dem paddel unterwegs muss man gut oh nein das wollte ich nicht wollte ich nur hoch springen ich bin aber zurückgegangen also du bist ja was langsamer da dachte ich hab dir einen kleinen vorsprung ich kann eh nichts plündern ok naja ne ne wir müssen erst auspumpen ja ich weiß die fine hat schon aufgemacht hier ist dann quasi der bereich wo wir nicht rein können hier ist alles voll mit wasser und da genau können wir die kram jetzt auspumpen ja es geht natürlich rasend schnell auf ins hallenbad so jetzt haben wir hier das lager von den körpern körper sind leute die so sachen horten falls das einer nicht wissen sollte nun hier kommen auf dem feilen bogen wechseln tatsächlich ich fand den am anfang das also das was ich ein bisschen blöd bis jetzt finde das soll jetzt keine super kritik werden aber man kann tatsächlich nur die hauptwaffe wechseln also ich kann immer nur die sekundäre waffe wechseln das problem ist halt ich kann jetzt nur meine mg oder mein 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 sturmgewehr gegen feinbogen tauschen was ist denn für mich sinnvoller du das ist halt eine lautlose waffe also ja das ist für mich besser was was ich auch ein bisschen blöd gerade finde ist dass wir uns die sachen nicht teilen tatsache hast du beim self hier noch geld liegen ja ja okay das hast du aber die hauptwaffe die kann ich jetzt nicht mehr nehmen außer egal ich wollte einen feilenbogen eh nicht haben ich kann das ja auch wieder theoretisch nehmen ich hab den gerne oder ganz gerne aber ich hab auch gerne noch eine andere waffe dabei und bei den anderen verkleidteilen konnte man später ja hier steht aber auch schalte das waffenfeld mit dem vorteil zusätzlicher holster frei dann können auch drei sekund drei doch sekundär waffen mitnehmen die primärwaffe die bleibt halt immer die seitenwaffe ist sie bleibt immer gleich so ist es soweit kann ich mir hier die feile mitnehmen die hier liegen probieren also eben die waffe immer hin und hergewechselt ja dann ja das ist ein bisschen tricky aber kann auch sein dass sie nun voller hast wir müssen doch da hinten hinlaufen aber kommen wir haben ein jetski jetzt kommen wir fahren wir beide da drauf hier kannst du auch noch plündern übrigens falls du nicht schon voll hast die gelbe kiste wo an sich denn dass ich das vorlag das steht dann da plündern voll ja dann habe ich das voll wo bist du denn jetzt hin zum jetski na komm trau dich ja doch kann man gott sei dank fährst du wer unser sich ansehen möchte da fahre ich aber hier waren auch noch nicht so schnell das noch platt machen hier woher hinten die kirsche diesen insekten stützpunkt so mit b in die hocke schön gehen damit wir nicht direkt gesehen werden und wenn du läuft und b drückt dann rutscht der falls du es nicht schon selbst rausgefunden hast ich habe bei den spielen immer so gerne sniper leider haben wir die noch nicht okay pass auf du rechts ich links 321 weg ich habe gesagt rechts habe ich nicht so schnell kapiert das qualmt auch so schön ja machst du das mit dem hoch sprengen hit me baby one more time jo dat war ne kann man weiter fahren auftrag erfüllt wo sind denn die mannekes ist da nur einer über die ich plündern kann ja irgendwie der hier oben ist immer weg ich weiß auch nicht warum das denn oder verschwinden die wenn die nix haben ich weiß es nicht das kann natürlich auch sein und ich hole mal ein jetski vorausgesetzt wir können überhaupt drüber fahren ich kann ja schlecht zu schwer sein ich hoffe auch immer wenn ich los war ja das war auch ziel warte mal moin wo bist du am jetski ans leben klammern ich will mich ans leben klammern sonst mit y kannst du auf die schusswaffe die handfeuerwaffe wechseln ach ja ich finde es auch platt sehr gut war nicht die beste idee von mir ich hatte nur einen gesehen ich denke komm fährst du mit jetski schnell platt mein gott war nicht die beste idee ne irgendwie so nicht nicht ja aus fehlern lernt man oh jetzt sind wir hier ok ach komm was solls oder willst du da nochmal hin ja wir sind ein stück weiter wir haben aber jetzt hier einen quad was wir nehmen können oder willst du da nochmal hin nö nö was Mit einem fahrzeug folgst du am besten der schotterstraße von der insel bis zur teufelsgabelung und fährst dann immer der nase nach ganz wie es dir beliebt viel glück der beauty ich melde mich wieder wenn ich mehr weiß Jo, dann würde ich sagen, warte mal hier, kann man auch noch plündern? Das kommt mal gut. Ja, ja, immer diese Drängler. Nicht kann man in Ruhe bummeln. Bum bum bum. Aber das ist interessant, oder? Wolltest du gucken? Nö, ich fahr weiter. Was machst du? Wir sind stärker. Sind das normale Menschen oder sind das böse Menschen? Nee, ich glaub das sind normale. Aber sicher bin ich mir da jetzt nicht. Ja, ich schieß aber mal besser nicht drauf. Runter. Weiße Blumen? Pass auf da, wir müssen mal knapp machen. Oh! Wir müssen dich zerreißen wie Papier, wenn sie wollen. Wenn John das will, dann hält ihn nicht. Hör mal, Jungspund. Das Tal wird langsam zum Kriegsgebiet. Die Sekte reißt Nahrung, Waren und Ausrüstung an sich. Alles, was ihnen in die Hände fällt. Sogar Menschen. John zieht, jagt sie aus ihren Häusern. Und zwingt sie sich, der Sekte anzuschließen. Wer sich weigert? Tja, dem ergeht es richtig mies. Am schlimmsten sieht's um false end aus. Fang am besten dort an. Hast du gesehen, bei dem einen Auto drehen sich noch die Reifen? Bei welchem? Bei dem, da hat sich grad immer der weiter, der grad wegfährt, der Reifen immer weiter gedreht. So, komm, wir gehen direkt mal hier rüber, da versorgt das noch einer. So, ich? Hab ihn. Ja, ich hab's schon gesehen. Warte, komm mal ein Stück weg. Und bei diesen Spielen mehr Tammt als Sinn. Okay. Das hat jetzt nicht so gut geklappt. Pass auf, da kommt ein Auto. Jo. Schöne Felgen, ne? Der Reifen ist kaputt. Der reinigt, ja. So ganz klein wenig nur. Kannst du das Ding dann nicht kaputt machen? Das kann man doch... Doch, das kostet mich aber zu viel Mut. Ich wollte jetzt... Oh, zeig da! Oh! Ging's doch? Ich dachte, ich hätte mehr draufschießen müssen. Ne, ich hab da so ne Granate geworfen aus Versehen. Ach so, das ist schön, dass du mir das nur mit so weg da sagst. Aber ist okay. Das war ja nicht extra. Ich hab da so ne Granate geworfen aus Versehen. Ich hab die nicht extra geworfen. Warte. Wo sind du? Hinter dir. Da ist noch eins. Schnapp dir das andere. Nein. Bist du drauf? Ja. Du bist besser im Fahren. Sollen wir hier hin? Sollen wir noch mal gucken? Oder direkt zur Hauptmission durch? Was ist denn? Wo, was? Ja, zur Hauptmission müssen wir was weiterfahren. Ja, geh mal hier gucken. Bäm! Du kannst besser fahren. Fahr du lieber. Oh, oh, oh. Jetzt lauft doch nicht an den... Was denn? Was ist dein Problem? Ich glaub hier ist aber nix, wa? Hier die Zettel. Ich hab kein Problem. Ein Rasenmäher! Den ich nicht lesen kann. Wieso haust du noch mir? Ich hab mich nach dir gehauen. Was denn hier? Warum kann ich da hochklettern? Ah, hier kann ich so lang rutschen. Yippie! Hast du auf mich geschossen? Ach komm, was soll's. Ne, nein, da war ein LKW. Kommst du? Ja, ja. Wo bist du denn? Hier. Ach ja, so geht's auch. Guck mal, ein riesiger Apfel. Hey, hey! Ich bin runtergefallen. Ja, da hast du dich festgehalten. Hast du dich wirklich gesessen, oder? Nein, ich hab da nur drauf gestanden. Ja, selbst schuld sag ich nur. Sitze jetzt? Ja. Giovanni Mo! Ich möchte den Apfel. So war geschossen? Ja. Ah, komm, was soll's. Die Kürbisse. Die Führersiche. Ah, ich muss erst da rüber. Also hier müssen wir gleich hin, tatsächlich. Ich hänge, ich hänge, ich hänge. Darf ich aussteigen? Was machst du? Ich warte zu meinem Missionsziel. Ohne Rücksicht auf Verluste. Ja, warte mal. So machte mal Sinn, aber nicht richtig. Das sind Feinde, ne? Nur so am Rande. Ja, bin ich doch am Schießen drauf. Ciao. Ciao. Oh, eine Geisel. Warte mal. Ich glaube, wir haben das falsche Missionsziel noch aktiv. Warte mal. Was weiß ich. Wir haben doch hier... Hier ist Ray Ray auf der Kürbisfarm. Boomer dreht durch. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Was hast du gemacht? Fahren wir die ganze Zeit in die falsche Richtung? Da ist Ray Ray auf der Kürbisfarm. Äh, Farm. Boomer dreht durch. Wie heißt das für ihr? Wir sollen da jetzt mal kurz gucken. Linda, Keaton. Hm. Ob man eigentlich... Cool. Was ist die Kürbisse zerschossen? Ja. Immer der und dann so eine sinnlose Zerstörung, so gut. Ja, macht Spaß. Ich möchte einen Apfel. Die sind so viele Äpfel. Bringt das was, wenn man die zerstört? Die Türme. Ja, es gibt Ansehen. Ja, ich glaub, dass... Das ist auch... Oh, oh. Pass auf, pass auf. Die ist abgeprallt. War keine gute Idee. Eine kleine macht auch nix aus. Jetzt aber. Ja. Ist das bei dir richtig explodiert? Ja, bei dir nicht. Bei mir hat das nur... Puff. Gewacht. Ja, keine Ahnung. In so eine Mikro-Explosion. Yes. War die Synchro nicht so gut. Warte, laufen wir jetzt eigentlich wieder verkehrt? Wir müssen doch da... Da hat er die Mission schon wieder jetzt nicht. Das ist eine Nebenmission, oder? Deswegen. Wir müssen... Da weiter. Wir sollten so langsam mal ein bisschen Munition finden, weil sonst hab ich gleich ein Problem. Ist das? Keine Ahnung. Quatsch mal an. Kann ich nicht. Ich kann nur Sachen nehmen. Draußen bei Ray-Rays bildet schon seit Stunden ein Hund. Das kann nur Boomer sein. Aber da stimmt was nicht. Der ist sonst so ruhig. Ah, ich guck mir das mal an. So, jetzt müssen wir wieder zurücklaufen, wa? Müssen wir nicht zu dem Blauen? Doch. Müssen wir. Wo ist das Blaue? Ich bin grad ein bisschen orientierungslos. Das Blaue oder das Bunte? Nee, das äh... Das äh... Nee, das Bunte. Das Goldene. Was ist denn das? Dieses Flackending. Eine Antenne ist das nur. Ähm... Nee, äh... Das... Das Goldene ist die Hauptmission. Und eigentlich sollte... Wo ist denn? Ja, jetzt bin ich selbst ein bisschen durchgegangen. Ah, hier ist die Kürbisfarm. Hinter... Nee, wir sind doch... Ich lauf da auf die Kürbisfarm zu. Ja, ja. Das müsste richtig sein. Sie sind doch grad vorbeigelaufen, ne? Hä? War ich so blind? Ich müsste... Sind wir jetzt... Ist das die da hinten? Nein. Warte mal, warte mal, warte mal. Hier vorne ist die. Da sind überall Kürbisfarm. Ja, ja, hier ist die. Wo bist du denn? Äh... Hinter dir. Pass auf, dass man scheint Gegner. Ja. Hab dich. Du bist dran. Warte. Hier drinnen kann man Sachen plündern. Dieses Tier ist ein Champion. Schickt ihn zu eurer Festung auf der anderen Straßenseite und lasst ihn nach Norden bringen. Mein Bruder soll entscheiden, wie stark er wirklich ist. Wer weint denn dann noch? Irgendwo ist hier eine Frau. Wieso kann ich das nicht aufmachen? Ah. Hallo Boomer. Na komm mal her, komm mal her. Na, hier haben sie ein bisschen gewütet leider. Ach, hier im Fernsehen ist das. Oh. Die Feine, je Feine. Wir haben ein neues Haustier. Ach, folgt er uns? Ähm, ja, den können wir als Wegbegleiter dazuschalten quasi gesehen. Oh, cool. Pass auf, da kommen Feinde. Hey, Jungspot. Ray Ray zu verlieren, das tut schon weh. Diese beschissene Siebzippe. Ach, aber gut, dass du den alten Boomer gerettet hast. Dieser Hund, der wittert Ärger und passt besser auf dich auf als du selbst. Die sind ein wenig weggeflogen gerade eben. Oh, hat er eine Schippe dabei gehabt? Oh, hallo. Yo. Hatte ich nicht hier noch einen erwischt? Oder hattest du die alle erwischt? Also wir können jetzt mit diesem total korrekten... Naja, Autofahren, bitte. Nochmal. Also wir müssen auf jeden Fall weiterfahren. Ja. Aber wir sollten... Ach nee, warte, wir sollten Boomer ja rüberbringen, ne? Wo ist Boomer? Ist Boomer bei dir? Nee, sollen wir den rüberbringen? Ja, da stand eben irgendwas. Wir sollen den auf die... Zu der Basis auf der gegenüberliegenden Seite bringen. Boomer folgt uns. Kommst du mit, oder? Sollen wir das wirklich tun, oder? Ja, den können wir dann jederzeit wieder dazurufen, oder so, glaube ich. Ja, aber war das nicht die... Die Anweisung von den... Bösen? Ich glaube, das ist nicht... Nee, das... Ich glaube, das war eine... Das war nicht die Anweisung. Ich glaube, das war eine Notiz nur für uns. Oder meinst du? Wir gucken mal, zur Not müssen wir hier die Basis E einnehmen. Ich glaube, wir sind mal in Richtung... Was auch immer das hier ist. Verpackungsanlage. Ja. Sekten Außenposten. Okay, also die müssen wir einnehmen. Ich habe euch was mitgebracht. Was Spannendes, was zum Spielen. Und was, was knallt. Kack, Puma! Nein, tust du nicht. Oh, hau ab! Ah, nee, das ist okay, alles gut. Manchmal sind in diesen Käfig übrigens gefährliche Tiere. Ja, Puma hat mich angefallen. Das war aber nicht ich. Ich habe einen Menschen freigelassen. Wo bist du denn jetzt? Wo bin ich? Ja, Wollinger! Keine Alarm. Es gibt extra Points. Ja, du bist irgendwo draußen. Keine Ahnung. Jawohl, um die Häuser ziehen. Einheiten verdienen. Um die Häuser ziehen. Abgeschlossen. 20 Units. Yay! So muss das. Das ist das. Brüder und Schwestern. Jemand da draußen hält sich nicht an die Regeln. Jemand steht von uns und nimmt sich, was dem Vater zusteht. Oh, hier kann man verkaufen. Jemand ist ein Mörder und ein Feigling. Aber Gott sieht ihn. Und Gott wird uns zu ihm führen. Oh, ich kann mir ein neues Outfit kaufen. Leider nicht. Warum kostet das 9000 Dollar? Was ist das denn? Ja, du kannst auch Waffen bei denen kaufen. Das ist ein Händler quasi gesehen. Aber verlangen die so viel Geld für eine Hose und ein T-Shirt. Jeden Herbst mit meinem Jungen zum Äpfel pflücken. Es hängen echt viele gute Erinnerungen daran. Nicht nur von mir. Danke, dass du das für uns getan hast, Deputy. Diesmal schulden wir dir etwas. Ich dachte, ich könnte mir jetzt kurz mal was Schickes zum Anziehen besorgen. Ich gucke mal eher bei Waffen kurz rein. Aber ja, das ist am Anfang sehr teuer. Wir haben übrigens, dadurch, dass wir den Stützpunkt eingenommen haben, jetzt auch einen Schnellreisepunkt dazu gewonnen. Ah, okay. So eine fröhliche Schippe kostet auch so viel Geld. Ja, ich meine, MP5K. Die müssen wir im Club freischalten. 2000. Wir haben gerade mal 1375. Ja, kommt auch später. Wir plündern. Wir können ja übrigens auch unnützen Kram verkaufen. Beute verkaufen. Habe ich schon gemacht. Also alle Sachen, die da drin sind, kann man auch getrost verkaufen, ohne sich Gedanken machen zu müssen. Ganz hoch. Ja, danke. Ja, beim Treckerfahren. Bumm, 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 bumm. Fährst du schon wieder Auto? Ja, komm. Willst du mich schon wieder zurücklassen? Das viele reife Obst lockt Bären an. Normalerweise würden wir sie fangen und irgendwo an einem sicheren Ort wieder freilassen. Oder machen wir jetzt für heute erstmal Pause? Ich weiß nicht, wie lange wir heute fuhren. Jetzt sind sie nicht mehr zurechnungsfähig. Es ist zu gefährlich, sie zu fangen. Wir müssen sie einschläfern. Okay. Bären Bedürfnisse. Ich mach die mal, äh, als aktuelle Mission rein. Jo. Ähm, ich würde sagen, wir machen für heute erstmal Feierabend, weil es ist schon spät. Und dann, denke ich mal, in der nächsten Folge werden wir uns dann mal den Bären annehmen und endlich mal zum Hauptmissionsziel fahren. Was wir eigentlich ja ursprünglich machen wollten. Aber bei dem Spiel werden wir wahrscheinlich auf dem Weg dorthin noch so viele Sachen, die interessant sind, finden. Und uns den annehmen wollen. Deswegen, ja, mal gucken, wie wir jetzt weiter vorankommen. Okay. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Bye. Bis zum nächsten Mal.